nach der scheiße okay so weit so gut ist immer ein bisschen weiter ich ja nicht da flieger ist hier drei stück an fahrer die sind gerade hier drüber von die verfliegen eben von uns nachher so jetzt will ich nur versuch meine kniffte irgendwo aufzustellen panzer am südosten auf dem berg so ein bisschen näher ran ich stehe mal dahin sichtkontakt zu feindlichem sandra feindlicher sandra im einsatzgebiet abfall 4 proler seht ihr die wenn ich die sicht in den ich stehe im moment einen vorm vorm feindlichen sandra identifiziert der wird zwar die ganze zeit gegen repariert er dürfte von euch in nordöstliche richtung sein ich gebe ihnen aber einer am anderen hinterm stein ganz böse im nordösten außen ja im nordösten außen steht auch ein sander hinterm berg hinterm stein genau es versucht auf mich zu schießen ein sandra habe ich erledigt ganz vorne mit einem anderen noch mit wunderbar hat geklappt den lightning kriege ich nicht den sandra schaffe ich allein nicht der wird da zu so vielen leuten anscheinend repariert aus nordosten kommt auch der nächste nächste flieger feindlichen sandra identifiziert feindlichen sandra identifiziert ja ich hab ihn gesehen aber nur ganz kurz ist er hier durchgeschlüpft dass ich die typen nicht treffe kotzt mich ein bisschen an feindlichen sandra identifiziert sich kontakt zu feindlichem sandra feindlichen sandra identifiziert ich gebe wie bist denn du heim ich kann mal ne Dings muss hier liegen zack ja hat sie aber noch was da ist er jetzt weg er ist jetzt weg glaube ich durch luftunterstützung der streck vor meiner nase lang die mist sau das sieht aber soweit ganz gut aus von dem muskidon zerlegt die rein lichten sich wir könnten gleich nachdrücken nach noten aber es wäre gut wenn noch ein paar leute eine etage zurückgehen und noch ein paar panzer mitbringen sehr schön bergeinsatz hat sich gelohnt sichtkontakt zu einem prowler der tr fanden sandra und prowler bei der nächsten station also bei der zwischenstation von euch aus gesehen hinter der kleinen zwischenstation ja ich sehe es wir sind auf dem höchsten sehen sichtkontakt zu feindlichem sandra feindlichem sandra gesichtet sichtkontakt zu feindlichem sandra feindlichem sandra gesichtet sichtkontakt zu feindlichem sandra den sandra habe ich platt gemacht kommt noch ein sandra und noch ein sandra zwei sandra auf dem weg dahin ne drei zu deinem ja gegnerische drei gegner sandra auf dem weg zum platoon haben sich verteilt einer siehst du jetzt ist vorne durchgekommen sichtkontakt zu feindlichem sandra feindlichen sandra identifiziert einer ist weg ich versuche den prowler dahinter weg zu hacken der in der nähe von euch ist da fällt der prowler der nächste sandra ist weg prowler ist weg zack da sind jede menge prowler und zeug brauchen noch mal meckreitern fack jetzt hat mich irgendwer erwischt zum kotzen guter schuss hm du hast die beste ich heile dich wano blick lächelnd auf mich her danke echt hier munition mc rider sehe ich von uns so jetzt bin ich in dem zwischendeck quasi ich sehe nicht mal ah da ist einer ein drecks prowler ich möchte mal nur einem mitgeben wenn ich kann da unten ist er zack freundschafts anfang noch jawohl das weiß nur oder los weg du scheiß ding ja triffst du nicht fuck you er hat doch getroffen wie kann denn wie kann denn dieses schweineging voll sein ja ja natürlich da bin ich die ganze zeit woher ich den ganzen scheiß übersehe danke sehr nein feindliches feindlicher jäger hier der ding ins liberator guck mal wie der brennt guck mal wie kaputt der ist ja moskitos hat direkt abgedreht wie er gesehen hat ja deswegen sind wir noch hier ein bisschen ballern macht auch noch Spaß oder nicht besser wie ghost captain auf jeden Fall also da ist ein proler gesicht wir bräuchten noch plantquadrate wieso gibt es keine plantquadrate auf der scheiß map es gibt wegpunkte in zukunft wie gesagt ja wegpunkte nützen wir nichts ich kann auch markierungen setzen die habe ich auch nicht freigeschalten das müsste ich dann mal schnell noch machen eine rauchmarkierung ja das nützt ja immer noch nichts wenn ich hier auf dem berg stehe kann ich dann keine rauchmarkierung jetzt noch runter kommt der nächste fachige prole du scheiß prole ja das ist mein platoon nein mein ich kotze der knall mich jedes mal ah ne was ist denn da drin doch tatsächlich ich fasse es nicht wenn er es hinkriegt da kommt was feindliches kampfflugzeug im einsatzgebiet feindliches kampfflugzeug identifiziert stell dich doch das ding rein du saublöde hund da kommt wieder liberator zu euch da kommt schon ein sturzflug runter da ist schon ja alles klar schon zu übersehen oh die prowler sind auch weg hier auf dem weg da unten die schweinehunde haben sich können wir vorziehen zurückgezogen ja können vorziehen sind schon mhm sieht gut aus und voller angriff in der excavation seit alles vorrücken sandra vorsätzen abc auf alpha beta und es stehen schon zwei sandra vorne es stehen schon zwei sandra vorne drei moskitos ne zwei wo ah ja alles klar ah der ist zu weit weg liberator aus richtung nordosten ich bin ja heute voll der spion hier voll der späer hahaha da wieso repariert ihr den nicht der qualmt schon wie die sau ach reparier dich ist schon repariert worden warte kalle ich komm mit oh jutschke ich reparier dich ach so zack hier kalle ja 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 Boah, liberator und mosquitos ein Moskitos Blatt warum sagt man den Kinder ich muss von der Spawnleuchte setzen du musst von der Spawnleuchte setzen kann denn das angehen wir haben schon jetzt erschossen von hinten verdammt noch so ein popo kopf guckst du ab und zu noch mal nach den platoons und so ich hab noch Platz Euro sind ziemlich voll, Woppy ist voll ich hab noch, ich hab noch ja 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 ja